Musik Grüß Gott, herzlich willkommen im Namen der päpstlichen Missionswerke in Österreich. Salam, heli, heli, khushah, madin. Der Name ist Sazmane Missio der Urtrisch, Gisir Nazare Papsas. Wir werden kurz Missio Österreich genannt. Und unsere Aufgabe ist die Unterstützung der jungen, wachsenden Kirchen in Afrika, Asien, Lateinamerika. Mittlerweile sind aber so viele Menschen zu uns gekommen aus muslimischen Ländern. Die sich für den christlichen Glauben interessieren. Deshalb wollen wir Themen des christlichen Glaubens auf Farsi, Persisch, erklären. Wir haben für Sie interessante Themen ausgewählt. Heute geht es um die heilige Schrift. Und wir nennen das ganze Tor zum Himmel. Denn wir Christen glauben, dass alles, was Gott uns geschenkt hat, uns das Tor in die Ewigkeit zu Gott in den Himmel öffnet. Einer unserer sehr interessierten Theologiestudenten, Willi Mauser. Einer unserer sehr interessierten Theologiestudenten, Willi Mauser. Den ich herzlich begrüße. Grüß Gott, Vater Karl. Schön, dass ich hier sein kann. Er wird die Fragen stellen. Ich würde sagen, wir fangen an. Ein sehr guter Vorschlag. Was ist die heilige Schrift der Kirche? Ich habe extra keine Bibel mitgenommen. Weil es so viele gibt. Und weil ich möchte, dass Sie sich selber eine Bibel besorgen. Und ich möchte, dass Sie selbst eine Bibel besorgen können. In der Sprache, die Sie sprechen. In der Bibel, die Sie mit Ihnen sprechen. Es gibt die Bibel auch in Farsi, nicht? Bibel heißt Buch. Bibel heißt Bibel. Bibel ist Griechisch und heißt eigentlich Bücher. Bibel ist eine Bibel in der Yunanischen Sprache. Die Bibel ist für uns Christen eine Sammlung von vielen Schriften. Die Bibel ist für uns Christen eine Sammlung von vielen Schriften. Die über Jahrhunderte entstanden sind. Die uns die Offenbarung Gottes bezeugen. Und von all diesen Schriften glauben wir. Dass sie vom Heiligen Geist mitbewirkt, inspiriert sind. Dass sie vom Heiligen Geist mitbewirkt, inspiriert sind. Inspiriert, Inspiration, das klingt wie ein Fremdwort. Was ist denn damit gemeint? Das Wort Inspiration kommt aus dem Lateinischen. Und bedeutet einhauchen. Also der Geist haucht ein. Aber man sieht schon auch an diesem Bild. Das hier nicht gemeint ist, dass der Heilige Geist den menschlichen Autor wie eine Schreibmaschine verwendet. Diese vielen Büchern der Bibel sind zu verschieden Zeiten entstanden. Und die Autoren hatten das Weltbild ihrer Zeit. Und der Heilige Geist hat weder ein Diktat gemacht. Und der Heilige Geist hat sie wie eine Schreibmaschine verwendet, diese Autoren. Sondern der Geist Gottes hat seine Wahrheit im menschlichen Wort ausgedrückt. Also Gottes Wort drückt sich in menschlichen Worten und Vorstellungen aus. Ein Beispiel noch. Wie drückt man Größe und Weite aus? Die Bibel verwendet das Wort oben. Himmel, Gott, Wund, Oben und so weiter. Oben ist es weit. Also der Himmel ist ein Bild für die Transzendenz Gottes. Das ist ein Bild. Wenn wir sagen, Vater unser im Himmel. Dann meinen wir nicht, dass unser göttlicher Vater da oben bei den Satelliten oder Planeten ist. Es meint, dass Gott unfasslich alles durchdringend ist. Die Bibel ist also die gesamtheit der inspirierten Bücher. Gibt es eine Einteilung innerhalb dieser Bücher? Also, sofort bitte die Bibel zu Hand nehmen. Sie ist in zwei große Teile geteilt. Den ersten Teil nennen wir Altes Testament. Im Alten Testament finden wir die Schriften, die vor Christus verfasst worden sind. Im Neuen Testament finden wir die Schriften, die über Christus berichten und nach Christus verfasst sind. Im Alten Testament finden wir die Schriften, die über Jesaja und Mesih geschrieben wurden. Jeder Theologiestudent muss wissen, dass das Alte Testament 46 Schriften hat. Und das Neue Testament 27. Wir haben also 73 unterschiedliche Schriften, die unsere Bibel ausmachen. Ich empfehle, wenn Sie einmal die Bibel lesen wollen, beginnen Sie mit dem Johannes Evangelium. Das berichtete uns auf wunderbare Weise über den neuen Bund, den Gott mit uns Menschen eingehen möchte durch seinen Sohn. Wir haben noch etwas gefallen. Wir haben noch etwas über die Bibel. Nämlich das Wort Testament. Weil viele Leute glauben, Altes Testament, Neues Testament. Und in Deutschland ist ein Testament, wenn ich das Leben nach meinem Tod regle. Das Wort Testamentum ist die Übersetzung von Bund. Also deshalb findet man auch alte Bibelausgaben, da heißt es alter Bund, neuer Bund. Unsere katholische Bibel unterscheidet sich auch von der Bibel, welche die Protestanten, die evangelischen Christen verwendet. Die evangelische Bibel unterscheidet die deutschlandische Schriften nicht zu den von Gott geöffnbarten Schriften. Wie kommt das jetzt, dass die evangelischen diese Schriften nicht zur Bibel zählen? Also man muss sich vorstellen, über 2000 Jahre entstehen diese verschieden Schriften. Und die Schriften des Alten Testamentes sind zuerst Hebräisch und Aramäisch verfasst. Aber dann beginnen die Juden unter griechischem Einfluss auch griechisch zu sprechen. Und plötzlich kommen auch griechische Bücher. Ich lesse mal vor, welche Bücher im Alten Testament griechisch verfasst sind. Das ist Judit, Tobit, Paruch, Jesus Sirach, Weisheit, erstes und zweites Makabeer Buch und Teil des Buches Daniel und des Buches Esther. Und Martin Luther hat gesagt, also das ist griechisch, das nehmen wir nicht. Martin Luther, Bani Portesana, sagt, dass diese Schriften in den Jungen sind. Aber wir müssen dazu sagen, es hat ihm auch nicht ganz gefallen, was in einigen dieser Büchern steht. Zum Beispiel im zweiten Makabeer Buch wird für die Seelen der Verstorbenen gebetet. Und das hat ihm nicht gefallen. Aber heute haben wir keine Spannungen zwischen katholischen Christen und evangelischen Christen wegen der Bibel. Und soviel ich weiß, kommen auch in den evangelischen Bibel ausgaben, sind auch die Deuterokanonischen Schriften des Alten Testamentes dann am Ende auch aufgenommen. Und soviel Sie haben bereits gesagt, dass die Bücher der Bibel über einen Zeitraum von 2000 Jahren entstanden sind. Ja, Willi. Sie sagen, dass Sie gesagt haben, dass die Bücher der Bibel über 2000 Jahre entstanden wurde. Danke, dass dir das aufgefallen ist. Das war nämlich falsch, was ich gesagt habe. Ja, es war sehr gut, dass Sie alle entstanden, dass sie mit Wünsche an den Schriften zu beantworten. Und das war nämlich sicherlich. Man hat das früher einmal geglaubt, dass die ersten Schichten 2000 Jahre vor Christus sind. Weil es gab ein paar Jahre vor, dass die ersten Schichten 2000 Jahre vor Christus getroffen sind. Heute geht man davon aus, dass die ersten Schriften frühestens 1200 vor Christus verfasst worden sind. Ich denke heute, dass die ersten Kettbe-Kettbe-Mokaddes etwas über 1200 Jahre vor dem Möbel des Massehs. Gut, dann 1200-1300 Jahre. Ein Zeitraum von 1200-1300 Jahren. Wie ist jetzt diese Bibel entstanden? Können Sie das noch ein bisschen detaillierter? Wir haben über diesen Zeitraum immer wieder das Gott eingreift. Entweder er ruft sich Menschen, die er als eine Art Medium verwendet. Etwa die Propheten im Alten Testament. Aber Gott wirkt auch durch geschichtliche Ereignisse. Deshalb ist zwei Drittel des Alten Testamentes Geschichtserzählung. Gott zeigt, wie er für das Volk Israel wirkt. Und schließlich tritt dann mit Jesus Christus Gott selbst in diese Geschichte ein. Wir rechnen ja sogar unsere Zeit nach Christi Geburt, unsere Geschichte nach Christi Geburt. Und das jüngste Buch, das dann über Christus berichtet nach dem Neuen Testament. Und das jüngste Buch der Offenbarung. Das ist das Buch der Offenbarung. Ich muss dazu sagen, dass diese Tatierung von welcher Brief des Apostels und welches Buch entstanden ist, dass das, also ich bin jetzt, ich unterrichte jetzt schon sehr lange Theologie, aber das ändert sich oft. Es ist auch nicht wirklich entscheidend, ob jetzt der erste Korinther Brief im Jahr 54 oder 56 verfasst worden ist. Das letzte Buch, die Offenbarung, ist spätestens 120 nach Christus verfasst worden. Und dann war diese Inspiration abgeschlossen. Und dann wurde diese Inspiration abgeschlossen. Gott hat uns alles geöffnet, was uns geöffnet wollte. Gott hat uns alles geöffnet, was uns geöffnet hat. Gott hat uns alles geöffnet, was uns geöffnet hat. Gott hat uns alles geöffnet, was uns geöffnet hat. Warum sind jetzt gerade diese 73 Bücher im Kanon der Bibel und nicht andere oder nicht mehr oder weniger? Ich muss jetzt eine Frage stellen, Ich möchte das Wort Kanon erklären. Kanon sagt hier die Ordnung der Bücher, von denen wir glauben, dass sie wirklich von Gott geöffnet sind. Und das sind eben diese 73. Es wurden zum Beispiel im zweiten Jahrhundert viele Schriften über Jesus verfasst, die sich sogar Evangelien genannt haben. Aber jetzt sage ich etwas ganz wichtiges. Nicht die Bibel hat die Kirche hervorgebracht. Sondern die Kirche hat die Bibel gemacht. Sondern die Kirche hat die Kirche, die die Kirche in der Bibel gemacht haben. Es ist ja völlig klar, Also Menschen, die Jesus erlebt haben, Menschen, die Jesus erlebt haben, haben dann verkündigt, weitererzählt und irgendwann wurde das aufgeschrieben. Und dann haben sie eine Woche gelesen und alles geschrieben. Ja. Also aus dem Glauben der Glaubenden heraus ist die Bibel entstanden. Also aus dem Glauben der Glaubenden heraus ist die Bibel entstanden. Sondern er hat im Alten Testament in die Geschichte eingegriffen, das wurde dann beschrieben, er hat Propheten gesandt und schließlich ist er in Jesus Christus Mensch geworden. Gott hat nicht ein Buch gesandt, sondern Gott hat ihnen die Geschichte eingegriffen und sie zur Heilsgeschichte gemacht. Und es wurde viel darüber geredet und berichtet und geschrieben. Und unter Anleitung des Heiligen Geistes hat die Kirche ausgesucht, welche Schriften beinhalten wirklich das wahre, was wir glauben. Und aus der Sicht der Hälfte des Heiligen Geistes hat die Kirche ausgesucht, welche Schriften wirklich das wahre, was wir glauben. Also was man oft bei Freikirchen und dem protestantischen Raum hat, das nur die Bibel entscheidet, ist leider nicht, entspricht nicht der Offenbarung Gottes. Ist der Aufbau der Bibel endgültig jetzt abgeschlossen oder könnte da womöglich noch ein Buch hinzugefügt werden? Nein, in der Bibel ist alles enthalten, was Gott uns in seinem geschriebenen, heiligen Wort geben wollte. Wenn wir uns in der Bibel befinden, dann können wir die Kirche ausgesucht werden, dann können wir die Kirche ausgesucht werden. Dann haben wir gesagt, nein, es ist alles, was für die Kirche ausgesucht ist, in der Kirche ausgesucht wird. Deshalb nennen wir sie auch die Heilige Schrift. Wenn wir uns in der Bibel befinden, dann können wir die Kirche ausgesucht werden. Aber im Theologiestudium müssen sich die Studenten auch mit den anderen Schriften aus dieser Zeit beschäftigen, klar. Aber im Theologiestudium müssen sich die Studenten auch mit den anderen Schriften aus dieser Zeit beschäftigen, klar. Und es gibt auch Gruppen wie zum Beispiel die Mormonen, die sagen, es gibt noch ein drittes Buch zum Alten und Neuen Testament dazu. Die Bibel ist ein heiliges Buch und deshalb ist es auch angemessen, dass das in viele Sprachen übersetzt wird. In wie vielen Sprachen gibt es denn jetzt schon die Bibel? Also, auf die Frage war ich gefasst. Vollständig ist die Bibel in 692 Sprachen übersetzt. Also, das Neue Testament, das für uns ja doch wichtig ist. Und das Neue Testament, das für uns ja doch wichtig ist. Ist in 2239 Sprachen übersetzt. Also, die Bibel, das Buch der Bücher ist für uns wichtig. Also, die Bibel, das Buch der Bücher ist für uns wichtig. Aber nicht so wie der Koran für die Muslime oder die Tora für die Juden wichtig ist. Aber nicht so wie der Koran für die Muslime und die Tora für die Juden wichtig ist. Judentum und Islam sind Buchreligionen. Die Juden und die Islam sind die Juden. Die Muslime bereiten sich zum Beispiel durch den Ramadan auf die Herabkunft des Koran vor. Aber uns hat Gott mehr gegeben als ein Buch. Uns hat er sich selbst geschenkt in seinem Sohn. Und erst dann im Laufe der Zeit wurde über das Leben Jesu geschrieben. Und dann wurde die Briefe der Apostel gesammelt. Aber wir sind keine Buchreligion. Wir sind die Religion, die an den Mensch gewordenen Sohn Gottes glaubt. Und die Bibel ist für uns deshalb wichtig, damit dieser Glaube an Jesus Christus lebendig bleibt. Und dass wir uns nicht einen eigenen Jesus zusammenfantasieren. Denn die Worte und die Taten Jesu sind für uns heilig. Denn die Worte und die Taten Jesu sind für uns heilig. Wir haben versucht mit dem Thema Was ist die Bibel ein Tor zum Himmel zu öffnen. Und ich hoffe, dass es für Sie interessant gewesen ist. Und bitte vergessen Sie nicht. Nehmen Sie eine Bibel zu Hand, schauen Sie sich an und lesen Sie zu mindestens das Johannes Evangelium. Und verabschieden Sie zu mindestens das Johannes Evangelium. Und verabschieden Sie nicht. und behauptet, dass Sie alle zusammen mit dem Vertrauen und den Vertraue daran haben, Untertitelung des ZDF, 2020